Hallo zusammen. Willkommen zu einer Folge Monster Legends. Hier habe ich schon die letzten Elemente gestern bekommen, den ich 30 wurde. Das ist Metall. Ja, ich sehe es. Hier, 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 hier. Ja gut. Die sind fertig. Jetzt ist er schon vier, vier. Vier, 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 vier. Ja, okay, besser. Wie kann er gewinnen? Wie kann er gewinnen? Nur weil er jetzt drei Legendaries hätte. Gut, ich hab zwei Legendaries. Äh, ich lass mal rein. Durch Eis, ja. Hier kann ich mir irgendwie tut, wie man hier vereisen kann. Also, um es zum Leben zu gehen. Was ist jetzt? Das Eis. So. Da. So. 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 Ja, ich hab's benutzt für das ganze Team. Ja, okay, mach mir doch keinen Schaden. Ich weiß doch, dass du das nicht ganz. Pass. Okay, ich hab' auch keinen Schaden. Nur Schaden. I toss and squeeze. die 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 Stürze stärken die die Mäste stärken als die hier sonst ist es zu machen gewonnen ich habe ich noch nie weil ich bin ich glaube dass gar nichts zu essen super Futter wie ein zu stark Urlaub zu stark viel zu stark zu stark zu stark so geht ich habe eine gute Chance geben zu geben also kann ich auch angreifen elektrischer Schlag was noch mehr gegen gegen blitz allergisch habe ich vollkommen vergessen was ist gegen blitz allergisch effektiv das ging blitz allergisch äh allergisch effektiv ich kann nicht mehr richtig sprechen ja 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 was ist doch sooo ooo 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 Oh!